Halli Hallöchen Leute, äh, ich bin zwar wieder, ich wollte mal eine ganz schnelle kleine Ankündigung machen und zwar bin ich, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, ähm, wir haben ja heute den 3. November und ähm, ich bin, ich muss mal kurz gucken, wann habe ich mein erstes Let's Play hochgeladen, mein richtig erstes Let's Play, das müsste ein Tag davor gewesen sein, am 12.11. ähm, bin ich dann ein Jahr auf YouTube. Und, äh, ja, ich wollte da ein kleines Special machen und ich wollte so nebenbei noch so ein Vote starten und zwar, ähm, wollte ich euch so mal fragen, ich werde jetzt erstmal Battlefield, ähm, Bad Company 2, Minecraft Fighter führen, Animal Crossing und Half-Life 2, äh, wenn davon eins beendet ist. Dann könnt ihr entscheiden, was das nächste Let's Play sein soll, ähm, nach, ähm, Half-Life 2 oder Battlefield wird wahrscheinlich dann Super Mario Bros. X kommen, aber dann halt so, äh, das nächste Projekt dann so. So, könnt ihr dann entscheiden, ähm, was ich spielen soll, ähm, was ich spielen soll? Ich sollte mich bei Skypenhof beschäftigen, fucking Kack. So, ja, okay. Äh, könnt ihr dann entscheiden, äh, was ich spielen soll, egal welches Spiel. Ähm, ähm, ich muss mir dann nur gucken, ob ich mir das kaufen kann oder, ähm, ähm, äh, mal gucken, irgendwie vielleicht leihen kann oder mal kurz irgendwo herholen. Und, ähm, ja, es ist mir kackigal, welches Spiel sein kann, äh, denkt euch ein Spiel aus und halt die Spiele, die mir dann gut gefallen oder die oft erwähnt werden, die gewinnen. Ja, soviel da zu Hause am 12. November 2011, wenn ich eine auf YouTube, äh, YouTube und, ähm, ja, das wollte ich nicht mal gesagt haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim Einjahres-Special, äh, muss ich sonst irgendwas sagen oder so? Nee, ne? Okay, das war's. Also, bis dann. Ciao, ciao.